Was sind Erklärvideos? Mit Erklärvideos lassen sich komplizierte Sachverhalte, Dienstleistungen oder Produkte auf unterhaltsame Weise für jeden sofort verständlich erklären. Das macht sie beliebt für beide Seiten, den, der die Information verbreitet und auch für die Menschen, die die Information aufnehmen. Verschiedenen Studien zufolge steigt die Kaufrate auf bis zu 85% bei Menschen, die ein gut erstelltes Erklärvideo ganz angeschaut haben. Jeden Tag werden Menschen mit Informationen überflutet. Lange Texte liest kaum noch jemand durch, für 30 Minuten Videos nimmt sich niemand die Zeit. Ein kurzes Erklärvideo ist da erfrischend anders und bleibt im Gedächtnis. Kurz und prägnant auf den Punkt zu kommen ist wichtig. Schaffe ich das nicht, so ist mein Konkurrent nur einen Klick weit entfernt. Die Informationsflut, in Verbindung mit der Lesefaulheit vieler Menschen, sind die Faktoren für den Siegeszug der Erklärvideos. Doch es gibt noch weitere Punkte, wieso Erklärvideos für ein Unternehmen Sinn machen. Videos helfen dir im Internet gefunden zu werden. Zum einen haben Videos bei Google einen hohen Stellenwert in den Suchergebnissen, zum anderen funktioniert YouTube als Suchmaschine und viele Nutzer verbringen mehrere Stunden pro Tag dort. Ein gut gemachtes und durchdachtes Video hat auch die Chance viral zu gehen. Das heißt, viele Menschen finden dein Video unterhaltsam und teilen es auf ihren Profilen. Erklärvideos arbeiten auf verschiedenen Stufen der Wahrnehmung. Während ein Text immer weniger Menschen fesseln kann, bringen Videos genau dieses Kunststück fertig, viele Sinne werden angesprochen. Auch bleiben sie besser in Erinnerung. Logos, Farben und visuelle Elemente an der richtigen Stelle gehen tiefer ins Gedächtnis. Wusstest du, dass Entscheidungsträger in Unternehmen Erklärvideos gerade zu lieben? 3 von 4 Entscheidungsträgern nutzen Online-Videos als Informationsquelle. Ca. 60% schauen sich lieber ein Video an als einen langen Text zu lesen. 50% nutzen wöchentlich Videos zu relevanten Themen ihrer Tätigkeit. Und knapp 40% der Entscheidungsträger, die ein Erklärvideo gesehen haben, kontaktieren danach den Anbieter. Hast du schon eine Idee, wie du Erklärvideos in deinem Geschäft einsetzen kannst? 51% Die Entscheidungsträger in Unternehmen真的 waren nicht nur die Erklärvideos. 52%